Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Sixpack Challenge. Ja, wir sind mal wieder am Start mit einem neuen Video, das ausnahmsweise keine Prediction ist. Nein, es ist tatsächlich mal wieder Ultimate Team. Ich habe das Ewigkeiten nicht mehr gespielt gefühlt. Und allgemein komme ich momentan überhaupt nicht zum Zocken. Aber ich habe ja gesagt, Abizideit, da ist es halt ein bisschen weniger ganz gut, dass das Team of the Season bald rauskommt. Die Predictions sind ja weniger aufwendig, als beispielsweise hier ein Video zu produzieren. Aber natürlich mal auch das gerne. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich selber freuen. Und wenn ihr selber PSN gut habt, mag es auch gut haben. Oder Coinsport Shop bei RenRen vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Darüber könnt ihr mich super unterstützen. Wäre eine großartige Unterstützung auf jeden Fall. Und warum Sixpack Challenge? Ganz einfach. Also wie geht das erstmal? Wir öffnen sechs Packs und aus diesen sechs Packs muss ich ein Team bauen. Es kommt auch übermorgen noch ein, also ne, über heute, also quasi morgen ein Pack Opening und wahrscheinlich auch eine Prediction. Weiß ja noch nicht ganz genau, ob ich die morgen mache oder übermorgen. Aber jetzt erstmal hier die Sixpack Challenge. Wir haben ein extrem geiles Team of the Week mit unter anderem Hermann Maiga, der auch sehr nice aus dem Kanal ist. Der abgesehen vom Tempo auch sehr geil ist. Jagielka, De Sancte sind eigentlich auch ganz gut. Mathieu, Rodriguez. Eigentlich sehen alle in der Stadt ziemlich geil aus. Sogar hier Gonzalo Castro, den ich ja richtig gefeiert habe am Wochenende. Weil der gegen Leverkusen, nee, gegen Hamburg für Leverkusen so stark war. Ronaldo natürlich, dass sein Fünftor ist drin. Hulk ist drin als Stürmer. Richtig, richtig krass. Ist keiner auf dem Markt. Genauso wenig wie von Quaresma. Und ja, ich werde versuchen, irgendjemanden von denen zu ziehen. Wir machen mal hier alles weg, was wir bei Transferlist da haben und was weg kann. Das ist nicht allzu viel, aber immerhin besser als nix. Den Rest stellen wir wieder drauf. Und dann öffnen wir mal die Sixpacks für diese Challenge. Und ich hoffe mal, dass das ganz gut laufen wird. Und normalerweise habe ich ja bei 7,5 K-Set das meiste Glück. Vielleicht wird es ja auch heute so sein. Wir haben übrigens noch drei Man of the Matches. Das sind Kehl, Pereira und irgendein Franzose von Mageri. Linkes Mittelfeld. Nicht Alessandrini, irgendein anderer. Ist er aber auch von Mageri? Ich weiß gar nicht genau. Muss ich wieder mal nachgucken. Im ersten... Oh. Scheiße. Er ist von Auger. Na gut. Ich habe überhaupt nicht drauf gehalten, was da drin war. Gut, dann wird es wohl eine Sixpack-Challenge, die jetzt erst startet. Das war quasi das Warmmach-Pack. Das war jetzt irgendwie ein ziemlicher Fail, oder? Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass ich das Pack behalten muss. So. Alaba. Oh, Grießmann. Das ist natürlich schon mal gar nicht so schlecht. Silvio, Perrin und Bruno. Ja. Kann man machen, aber schon mal ein Torwart, ein Mittelfeldspieler, ein Stürmer und ein Verteidiger. Das ist eigentlich ganz gut dafür. Jetzt habe ich alles mitgenommen. Auch egal. So. Pack Nummer 2. Higuain auf dem Cover. Ich wünsche mir eigentlich einen Man of the Match-Kill. Der hat gestern ja so einen geilen Schuss rausgekommen. Aber natürlich wäre auch ein Inform. Ronaldo nicht schlecht. Skarione ist relativ scheiße. Heuerbach auch. Immerhin ist er schnell. Und wir haben zwei Argentinien hier. Das ist schon mal gar nicht so schlecht für die Chemie unter anderem. Das Ding stoßen wir mal ab hier. Den Rest nehmen wir einfach mit. Vollkommen egal. Dann discaten wir den Yashin und kommen zum dritten Set. Auch wieder mit Hagi Higuain auf dem Cover. Genau. Karim Hagi Higuain. Mal schauen, was wir hier so haben. Mouni Higuain. Ja, das ist nicht ganz so geil. Denn Mouni Higuain brauche ich ja nicht, wenn ich einen Griezmann habe. Innenverteidiger, ein Torwart. Das ist nicht so ideal. Aber wenn ich ein zentraler Mittelfeldspieler, das geht von daher. Mouni Higuain habe ich im Verein. Deswegen nehme ich den jetzt nicht mit. Viertes Set mit Antoine Griezmann. Gerade gezogen. Vielleicht bringt er mir jetzt Ronaldo in Form. Das wäre natürlich sehr, sehr nice. Er bringt mir noch einen linken Flügelspieler. Was ich überhaupt nicht gebrochen kann. Aber ein Strongling zu sich selber. Und zwar Gabi, das ist ganz cool. Raphael Wolf brauche ich auch nicht. Das karte ich mal. Weil was soll ich mit dem? Yannick Ferreira, Carasso. Ja, ich nehme mal mit. Hoffentlich muss ich ihn halt ins rechte Mittelfeld stellen. Beispielsweise. Geht ja nicht anders. War jetzt aber nicht ideal. Wir brauchen mehr Spieler. Vor allem war es auf der rechten Seite. Wäre ganz schön. Oder Verteidiger. Mal sehen, was Tim Howard uns jetzt bringt. Er bringt uns Foster. Noch ein Torwart. Aber auch ein Verteidiger. Und ein Stürmer mit Moreno. Der keine Five-Star-Skills mehr hat. Nur noch drei. Mustafi ist eigentlich ganz nice. Aber das sind auch wieder nur drei Spieler. Ich hätte mir noch einen mehr gewünscht. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Und damit kommen wir schon zum letzten Set für diese Episode. Und dann schaue ich gleich mal offscreen. Natürlich. Bzw. auf Aufnahme. Was ich so daraus zaubern kann. Higuain ist auf dem Cover vorne drauf. Mal sehen, was wir jetzt bekommen. Wir kriegen Ivi Zaulic. Das ist nochmal ein Stürmer. Und nochmal ein Torwart. Und nochmal ein Verteidiger. Aber das ist alles andere als gut, was wir hier gezogen haben. Also das war bisher absoluter Rotz. Aber gut. Aus diesen sechs Packs müssen wir jetzt ein Team machen. Ich glaube, das mache ich sogar mal live. Warum eigentlich auch nicht? So. Wir müssen wahrscheinlich Dreierkette spielen. Weil wir haben, glaube ich, keinen Linksverteidiger. Wir haben Silvio gezogen. Aber Innenverteidiger. Was haben wir denn da gehabt? Wir hatten Mustafi. Wir hatten diesen, ähm, was war er denn? Was war er denn? Hier, äh, Heubach. Genau. Und wir hatten, haben wir noch irgendwas Vernünftiges gezogen? Ich glaube sogar nicht. Den Brasilianer hatten wir noch. Oder Herrera. Ich glaube, da nehme ich eher Bochettin. So. Torwart, was hatten wir da? Äh, Foster, Zoé, Perin, Fagner. Ich nehme das für die Chemie am besten. Ähm. Zentral hatten wir Gabi. Vielleicht nehmen wir mal 3, 4, 2, 1 besser. Zentral hatten wir Gabi. Und Bruno. Das ist schon mal ganz okay. Weil wir die beide in der BBVA spielen. Linkes Mittelfeld hatten wir einen linken Flügelspieler mit Grießmann. Zack. Muniain hatten wir auch. Das heißt, die kommen sogar auf volle Chemie hier. Wunderbar. Gabi ist komplett überlinkt. Aber das ist mal dahingestellt. Jetzt Stürmer hatten wir. Ignatius Scocco. Das weiß ich. Hatten aber auch Urlic. Die Sache ist jetzt Scocco oder Urlic. Scocco hat 4-Star-Skills. Wenn wir noch einen Zahler. Rechts hatten wir, glaube ich, gar keinen. Rechtes Mittelfeld. Stindl, Schlaudrafen. Nö. Ein rechter Flügel. Hatten wir auch nichts. Das heißt, wir müssen da jetzt einen linken Mittelfeldspieler hinstellen. Oder einen linken Flügelspieler. Linkes Mittelfeld haben wir keinen mehr gezogen. Linker Flügel also. Das heißt, den Pacey Carasso. Ein rechtes Mittelfeld haben wir ja auch nicht. Da müssen wir jetzt mal ganz improvisieren. Haben wir einen linken Flügelspieler gehabt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Was haben wir denn noch gezogen? Irgendliches Mittelfeld? Koin trau aus dem Livestream, ja. Aber das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Haben wir irgendwie überhaupt nichts gezogen? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Habe aber schon eine Idee für einen Notfall. Sertic könnte man jetzt da hinstellen. Der würde sogar ein bisschen Chemie bekommen. Aber auch nicht viel. Zwei. Ja gut. Wie sieht es aus mit Silvio? Auch zwei. Weil dann kriegt Carasso nur eins. Und so viel besser als Sertic ist er auch nicht. Von daher nehmen wir Sertic. Was soll's. Und dann würde ich sagen, suche ich jetzt mal einen Gegner. Das wird eine sehr, sehr spaßige Challenge. Die Defensive ist scheiße. Die Offensive ist okay. Zumindest die linke Seite. Also viel über links spielen. Und dann wird das schon wer. Ich suche einen Gegner. Und bis gleich. Wir haben einen AX Amsterdam Gegner. Die Latenz ist nicht so super. Sweaty as Feck heißt sein Team. Es ist ein Bundesliga-Silber-Gold Team. Mit Pereira, Alaba, Kirchhoff, Juru und Adler. Maxim, Ronny, Leitner. Und vorne Sami Alagi, Enes Benatira und Chicaoui. Wird nicht einfach. Aber ist noch schaffbar. Also es hätte schlimmer kommen können. Mal sehen, wie wir uns dagegen schlagen werden. Wir sind in der Offensive. Ich weiß nur nicht, was ich tun soll. Gabi hat volle Chemie. Muni Ayin hat auch volle Chemie. Grießmann hat auch volle Chemie. Oh, der nimmt immer mal den Ball nicht durch die Beine durch. Das ist nicht so schön. Vielleicht die Flanke in der Mitte. Da ist Gokko. Da ist Ferreira, Carasso. So, Muni Ayin mit voller Chemie. Das ist Elfmeter. Das ist Elfmeter. Das heißt, unsere Chance zum 1 zu 0 war, glaube ich, mal eine klare Sache. Da rennt ihn, wer ist es? Juru im Endeffekt. Ja, Juru rennt ihn da um. Braucht man nichts mehr zu sagen. Muni Ayin ist halt eine Fliege. Dementsprechend jetzt die Chance. Und es laggt und das nervt. Das ist nämlich gar nicht gut für Elfmeter. Oh nein. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ich trau mich gar nicht. Okay, das ging noch. Hallo, bitte. Mach ihn rein. Hau ihn rein. Gott sei Dank hat er den nicht gehalten, ey. Das wäre unfair gewesen. Unverhältnismäßig auch, weil ich konnte ja gar nichts steuern. Aber gut, so macht Mustafi das 1 zu 0. Unser Weltmeister quasi hier in dem Team. Holbach ist ja keiner. Ansonsten haben wir keinen Deutschen. Sehr schön. Der trifft. Wunderbar. 1 zu 0. Führung. Defensiv. Abwehrriegel. Hinten rein. Griesmann am zweiten Pfosten. Das war nicht Griesmann, das war Muniain. Das ist er mit links geschossen. Es geht weiter mit guten Chancen und guten Offensivaktionen. Wieder Muniain. Waren wir eigentlich Muniain auf linkes Mittelfeld gestellt. Egal, zieht den 16er ein zum zweiten Mal. Hacke zu Hacke. Mehr oder weniger der Pfosten. Ah, schade. Da ist Gokko frei vom Tor. Und das 1 zu... 2 zu 0. Was? 2 zu 0. Wer war es denn? Griesmann? Ich glaube es war... Griesmann. Oder? Nee. Ferreira Car... Rasso? Was macht denn der auf der Seite? Ich meine gut. Ich beschwere mich nicht, aber... Was macht denn der auf der Seite? Egal. 2 Tore Führung. Läuft doch. Die Challenge scheint gewonnen zu sein. Jetzt aber Chikaui. Da ist er drin. Ja, wieder über den Konter. Wieder schnell. Ist einfach unmöglich, den zu verteidigen dann. Weil so schnell ist die Verteidigung. Nichts ist zwar ganz solide bisher, aber so schnell halt nicht. Und den macht er dann halt diesmal rein. Ist nicht verdient oder so, aber gut. So macht es das Ganze nochmal spannend. Das war ungefähr die größte Chance. Und es bleibt eine große Chance. Aber es wird nicht das 3 zu 1. Egal. Noch ist die Szene nicht vorbei. Gabi, Griesmann, Skokko, Ferreira Car... So. Jetzt ist sie vorbei. Ich fühle mich hier gerade irgendwie wie Hannover die ganze Saison über. Man hat die Chance, man macht sie nicht. Und man kriegt ein dummes Gegentor und schwimmt dann hinten. Also ich schwimme jetzt nicht, aber... Oh, Mustafi mit der Ecke? Na gut. Ich schwimme jetzt nicht, aber... Also ich sehe es ja auch an den Schüssen. Zum 4. Mal jetzt aber. Ich mache halt auch nicht die Entscheidung. Und das ist ein bisschen doof. So jetzt Griesmann. Schön. Schade. Ist abseits. Ist nicht abseits. Er hat schon vorher gejubelt. Hauptsache der Ball ist noch gar nicht drin. Und Kar... Also ich hätte von Mustafi nicht erwartet, dass er ein Tor macht. Ich hätte von Karasso aber mit 2 Chemie auch nicht erwartet, dass er ein Tor macht. Jetzt macht er einen Doppelpack. Eieiei. Und der steht auch noch genauso, dass es nicht abseits ist. Hier jubelt er schon. Hammertyp. Super, super geiler Typ. Ich hatte das Gefühl, wenn ich kommentiere, entstehen die besseren Chancen. Griesmann und... Daneben. Schade. Aber das war wieder mal eine Chance. Da ist Gabi. Ich dachte, er kommt raus. Es gibt so viele Chancen in diesem Spiel. Das wird so lang werden, das Video. Aber ihr mögt es ja hoffentlich. So. Griesmann hat bisher alle Chancen vergeigt. Vielleicht macht er ihn ja jetzt rein. Jetzt ist das Tor immer in Leer. Und... Nun ja, ihn. Mann. Griesmann war bisher wirklich, also... Der wollte irgendwie nicht so. Komm, wir machen die Ecke mit Gabi. Der kann das ja. Kommt auf Mustafi. Oder auch nicht. Es müsste jetzt aber vorbei sein, das Spiel langsam mal. Sonst habe ich jetzt hier ganz umsonst kommentiert. Jetzt macht er noch ein Tor durch so einen scheiß Konter oder was. Total unverdient. Ne, macht er nicht, weil Wagner da ist. Pfeifen wir jetzt ab, Herr Schiedsrichter. Jawoll. So. Sixpack Challenge ist bestanden. Wieder mal der Sieg in dieser Kategorie, beziehungsweise in diesem Spiel. Ich denke mal, das war eine relativ nice Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, wir gucken uns mal die Statistiken an. Das war eine sehr überlegend geführte Partie von mir. Auch wenn ich wirklich enttäuscht bin von Grießmann. Ein bisschen auch von Muniain, weil der war auch nicht so stark. Und Carasso war mit zwei Chemie irgendwie deutlich besser als diese beiden Spieler. Aber gut, wir haben im Endeffekt gewonnen, von daher ist es egal. So, man of the match war Carasso natürlich nicht überraschend. 20 zu 5 Schüsse, 13 zu 2 aufs Tor. Ich denke mal, da bekam ein Leben. Bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.